Hallo und herzlich willkommen bei Battle of Brine in Regensburg, einem Geschicklichkeitsspiel, bei dem Einzelkämpfer und Teams in verschiedenen Battles gegeneinander antreten. Dabei brauchen sie nicht nur eine ordentliche Portion Geschicklichkeit, sondern auch einiges an Glück und es geht vor allem auch ums Kräftemessen. Das Ganze eignet sich natürlich nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen und für Jung und Alt und holt endlich mal wieder alle aus der Online-Welt zurück in die Offline-Welt und lädt zum Spielen ein. Lasst uns mal schauen, was wir die nächsten 18 Spiele so erleben und entdecken werden. Oh mein Gott! Whoa! Wow! Geil! Bälle fliegen! Nein! Die Schumpel voll geil! Das war's Dix! Nein! Das war's Dix!